Daniela Katzenberger, 34, lässt sich bei der oberweiten OP filmen. Das sorgt für Wirbel. Neue Hupen für die Katze, und damit auch neuer Ärger. Ich habe in Deutschland einen operativen Eingriff, eine Bruststraffung, da meine Brüste durch das Stillen eine Etage tiefer gerutscht sind und ich echt Schmerzen habe, erklärt. Daniela Katzenberger geht so weit, so schön. Doch offenbar macht die Kult-Blondine das nicht nur für sich selbst, sondern auch fürs TV. Denn die OP wird für neue Folgen ihrer Doku so mit der Kamera begleitet. Ein Skandar, finden viele, Vertrohler und Quote ist die Sicht zu nichts zu schade. Jetzt ein Loser, wahrscheinlich kriegt sie den Eingriff auch nicht ansonsten, lautet ein anderer. Besonders schlimm finden viele aber, dass Daniels fünfjährige Tochter Sophia alles mitbekommt. Schließlich ist sie allein im Alltag, in dem sie durchaus versteht, dass Mama in einem Krankenhaus behandelt wird und sieht vielleicht sogar demnächst selbst die TV. Auch viele glauben nämlich, dass die Kleine ohnehin in einer viel zu oberflächlichen Welt groß wird und ihrer Mama in Sachen Beauty-Ope in ein paar Jahren vielleicht sogar nah dazu kommt, dass die Katze ihr ganzes Familienleben mit der Öffentlichkeit teilt, sei es auf Instagram oder eben im Top-Lupas-Cordales seiner Tochter deswegen jetzt so etwas Handfestes wie Boxen beibringt, erklärt der Musiker. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020